Was ist eigentlich denn der zweite Angriff? Von wem? Von wo? 4 Muss du auf L2 gucken? Ich weiß der hat irgend so ein Scan oder was das ist? Achso ja Gegnerscan ansonsten wenn es das nicht ist musst du bei L3 R3 Dann kann wer vorbeikommen, wenn wir Metall abnehmen Belly Lass sie mich gleich Metall abnehmen Warum? Ich bin überladen Otto, ja? Und das zum 100 ungefähr Ich kann ja das Holz nachdrucken Das habe ich nicht mehr verladen Perfekt Wenn du jetzt das wertvolle Holz droppst Das gute, minderwertige Holz Schmelzige droppst Das kannst du dann einfach aufhelfen Das geht nicht, weiße Oh Kein Holz mehr? doch ich habe auch so sehen aber eine holzwand mit einer holzwand ersetzt schlauch! it's big brain time! so versuch'n nummer 4 hat so dann auf der ahn! ich finde das hat irgendwie jetzt mehr stil hier es ist halt einfach ein holzhaus was an ein strohhaus angrenzt hier hier ist das schild freddy das ist die jan gmbh und kokaghi auf welcher in welcher reihe sind schränke? alter bin ich arschladen digga lexus ja ich seh's hey freddy hm warum ist es hier? hey 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 ja was? ich kann nicht mal laufen weil ich überladen bin ah jetzt kann ich laufen hm ich höre gerade doch gefühlt dass ich Steroide genommen sind ja nicht so viel Waffen ey das ist ja natürlich Jan? warum stellst du dir hier eher nicht zwei Schränke rein? einen für Öl und einen für äh die geschwölzene Metallborn dass du nicht so weit laufen musst äh schränke 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 ha 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 holz stroh und fasern hm 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 jetzt komm ich da nicht hoch digga wieso lässt du eigentlich nicht weiter singen? vor Wiener fahren äh ja weil die ersten zwei Stunden wieder ready sind holy shit dauert er ewig ja man wie kann man seinen Bogen wieder entspannen? schießen oder weg oder einfach oder einfach das Ding und wechseln ja ja da kommt jetzt hier auf alter ist die schnell so schnell ist die aber immer noch nicht macht ihn schneller ja dann waren wir jemals so unproduktiv in einer Folge jant was für unproduktiv digga wir haben Industrie schmelze das willst du seit 20 folgen? ja jetzt hab ich's jetzt weiß ich nicht was mein nächster Plan ist dein erster Boss fucks sake du rüber zu ja auf jeden Fall ich will vorfolge 100 den ersten Boss haben ah ich weiß wofür man nochmal Holzkohle braucht man braucht Holzkohle für Schießpulver den können wir erstmal ausmachen die Industrie schmelze denn sie sind fertig er hat alles geschnolzen jetzt schon oder das war nicht mehr Anker nicht mal zehn Minuten es war ja nicht mehr zu tun welches ihre Hauptmahlzeit und müssen richtiger Orten von Google warum bin ich jetzt noch zunächst ist es ist mit dir du gehörst aber ein Fiech zu töten ich bin das ist mir doch egal Das kann sein... Nee Nee, warte, 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 warte! Was? Also auf der anderen Seite des Flusses, da will ich hin. Tja, dann geht er hin! Ich kann hier auf Safe nicht wegen Freddy. Ja, nicht mein Problem. Ähm, Freddy, kannst du dann bald mit mir dann wieder bisschen auf Ölsuche gehen? Klar! Ja. Jetzt ist es richtig abgefuckt. Freddy, kannst du mal zu mir kommen? Das ist nicht mein Problem, dass du nicht dahin laufen kannst. Kannst du mit mir auf Ölsuche gehen, Freddy? Klar. Heil und Öl ist wichtiger, als was du gerade vorher erzählt hast. Geht nicht im Lofensack. Geht nicht das, was er eigentlich haben wollte. Freddy, bitte. Was denn? Das sieht auch aus. Kannst ja gleich mit Jan tauchen gehen. Muss ich das erstmal craften. Haben wir noch Siliziumperlen? Ja, wir haben noch eine Menge. Freddy, lass mich Eier sammeln. Ja, dann geh Eier sammeln. Kann ich nicht. Das ist nicht mein Problem. Doch. Du willst ja nicht mehr Osterhafenanzug machen. Nee, das wolltest du. Du hast gesagt, verstehst du. Die Höhe bei Rüstung und Skins einfach den mit dem Brunnen haben. Da hast du die reingeben gemacht. Nein, das passt nicht wegen der Sanddüne. Aha. Ja, ich kann hier keine Wand drauf machen, weil das sonst nicht passt. Nein. Das ist gut. Jetzt. Das ist gut. Ja, ich kann hier nicht funcionen. Die Haltbarkeit geht runter, ich muss unbedingt das A-Tooli-Gerät mal reparieren. Hey, Freddy, wissen Sie denn? Ich bin auf dem Dach. Ich finde, es ist meine sexy Leggings. Voll geil, Digger. Ich bin einfach Bug-User, Junge, guck. Hey, Nexus, wie findest du meine sexy Leggings? Ah, ich hab keinen Strom mehr. Wie krieg ich nochmal Stroh? Bäume. Freddy, oh fuck. Wie wir irgendwie immer Baumprobleme haben. Bauprobleme, ich hab hier, hier ist einfach gar kein Baum mehr gerade. Ich muss da irgendwie 20.000 Kilometer weit rennen. Oh, Leder und Fasern. Fasern haben wir uns einfach noch. Oder? Gold, Kohle, Fasern. Haben wir noch. Gut. Gut, 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 gut. Ähm, fünf noch mehr. Was, was, was haben wir denn noch? Er braucht sich noch. Äh, Leder. Haben wir, wir haben doch einen Leder-Schrank, oder? Ja, hier. Gehen wir jetzt fertig, Mann, gleich tauchen, Freddy. Ja, ich muss gerade gucken, dass ich auf unser Ding ins Dorf komme, sonst kann ich das Dach nicht platzieren. Also, das ist bald fertig, oder was? Ja, Mann. Ich hab ne Idee. Ich muss gerade gucken, wie viele Dächer brauche ich. Eins. Zwei. Drei, okay. Ach ja, ich konnte ja in das B-Schmelze brauche ich immer noch ein bisschen Öl. Was, wenn sie ihn. Digga, das hat ja fast gar keins verbraucht, gell? Vielleicht, guck mal. Oh, das hat so gut wie nichts verbraucht, ne? Schau's dir voran. An Öl. Ja, wenn das die ganze Zeit durchläuft, kein Wunder. Das ist aber, aber immer, wenn du es neu anmachst, verbraucht das eins. So, ich mein, guck mal, die geht zwar komplett durchs Dach durch, aber so sieht's aus, als wäre das irgendwie eine Thornstein. Soll ich nur allen Tauchrausrüstung für uns alle machen, oder? Ja, mach mal, ich will auch mal mindestens Wasser, dann kann ich auch mal was tun. Ja, gehen wir Öl ranholen zusammen. Gehen wir auf eine lange Toast-Session. Ich kann mir jetzt selber eine Flinte herstellen. Alles mit Teil habe ich ja, glaube ich, dort reingelassen. Das Ding ist aber halt, ne, wir brauchen, äh, auch Essen, für die ganzen Vögel und so. Steffi! Wenn du bist, kann man wieder auf kurze Hand gehen. Ja, können wir ja später machen, müssen wir ja nicht heute. Nein, Hedwig, nicht im Haus landen. Auf dem Haus. Nein, nein! Oh, fuck! Oh, fuck! um er geht auf schweißen was willst du nächstes Linder in der Wundern er könnte der wurde halt mit ich habe auch noch ein Teil reingetan Ja, in der Werkbank ist noch vielleicht welches dran Ja, dann wäre ich Ich würde gleich bis aufs Tauchtour, ne? Fuck, wie soll ich da an meinen Vogel rankommen? Ich weiß, ich habe alles hergestellt Also ich bräuchte Holz, aber ich komme nicht an meinen Vogel Ja, stimmt Das war so dumm von mir, dass ich aufs Dach geflogen bin Ich kriege den Vogel noch nie wieder da runter Ja, gut Hast du auch Harpoon schon gemacht, dass wir unser Wasser uns verteidigen können? Kann sie uns etwas verteidigen können? Ja, Harpoon Äh, die gibt es auch, glaube ich, oben herstellen, oder? Ich glaube, ja Hast du die überhaupt schon erforscht? Äh, kann ich kurz nachschauen Harpoon Also ich habe die auf jeden Fall Äh, 60 Fasern 40 Holz 25 Leder 120 Metall 50 Obsidian Ja, okay, ich kann das vergessen Wir haben, glaube ich, kein Obsidian, oder? Nein Ja, dann können wir das eh vergessen Ja, egal, ich habe ja das Schwert und die Pike Weil unter Wasser können wir ja nicht schießen, das ist das Problem Ne, ich hole einfach das, äh, Schwert So, ich mach mir noch eins hier Komm mir tief, nahe Kampf Bei der Weih nimmt auch eine Metallspitzer Kumpel Hab ich Super Äh, oben findet ihr das, was ihr braucht, ne? Oben? Ja, oben, äh, Fabrikator Ist die komplette Tauch-Ausrüstung Aber ich wollte nicht das Benzin haben Das ist Benzin drin, ne? Taucherhelm. Die willst du nicht anziehen. Tue ich nicht. Die Regen kannst du ja schon anziehen, aber sonst... Der Rechtsbitte hat die Haltbarkeit verbraucht. Auch bei den Schuhen. Wieso finde ich den Revolver nicht? Was findest du nicht? Aber es war auch noch eine Flinte. Ich glaube es ist dumm. Vielleicht hast du es noch nicht... Ich weiß, dass ich es an der Backpack machen muss. Ja? Hast du es schon erforscht? Ja! Ich hab Erz-Revolver erforscht. Du kannst da oben, da oben... Nexus... Das musst du beim Fabrikator machen. Nexus, oben steht, suchen. Da kannst du suchen. Ey, Freddy. Ich mein, ähm, Nexus. Hier, hochkommen, wenn du... Und du geh'n hier ran. Ja, Jan, halt dein dummes Maul. Freddy hat gesagt, ich soll an die scheiß Werkbank. Hab' ich nicht. Doch. Ich hab' gar nichts gesagt. Und du meinst die Flinte, gell? Ja. Die Flinte ist dumm. Ja, die Flinte kannst... musst du an der Werkbank machen, tatsächlich. Ja. Ey, der ist ja dumm. Die Pumpgun... Die Pumpgun kann der hier oben machen, aber die Flinte muss der unten machen. Immer noch, Nexus. Ihr habt doch gerade über Flinti redet, Alter! Immer noch, Nexus. Geh' auf Waffen... Geh' doch auf Suchen... ... und Schusswaffen. Geh' einfach auf Waffen und Schusswaffen. Da... Ich... 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 Ich öffne das... Ich öffne das und seh' schon beides. Nexus, geh' einfach aufs Evertal. Ich hab's für dich... Ich craft's grad für dich. Ich öffne es und seh' schon beides. Ja, die Flinte ist für dich gecrafted. Neues Level Up! Die Schrotflinte kann der sogar auch hier machen. Oh... Oh... Wait... Fuck's sakes... Du hast gemeint, dass die SWAT-Ausrüstung die beste Ausrüstung hast, oder? Ja, vor... Ähm... Jaja, klar. Die SWAT-Ausrüstung kannst du als letztes erlernen und das halt... Bevor du halt eben die Element-Ausrüstung hast, das Beste. Ich hoffe, die Element-Ausrüstung krieg's nur von den Bossen, ne? Ja, du kannst jetzt nach den Bossen Element-Tag-Rüstung überhaupt nicht herstellen. Dann kann ich euch den Screenshot schicken, dass ich alles schon erforscht habe. Ja, ist ja gut. Nexos. Nexos. Das ist doch schon alles drin, ne? Hartsammler. Mann, ist der dumm. Warte, können wir jetzt nicht eigentlich einen Hartsammler machen? Können wir? Hartsammler? Ja, der will immer noch angeln, der Junge. Hartsammler. Ja, geh mal zählen, wir mit holen, Nexos. Klaftest du mit Steinen? Ey, Pudins Tochter ist ausgewachsen. Ja, unter Wasser bringt dir das eh nix. Also, Pudins Tochter ist ausgewachsen. Habt ihr genug Fleisch? Auf jeden Fall. Ja. Kannst du ja zu den anderen Schrappeln, kannst du ihn ja zu den anderen Spinos stellen. Junge, gönnt ihr das auf dem Berg? Wie geil das aus. Verhalten. Nimm einfach den Sattel von George Bush. Deine hab ich noch neunzig Stück irgendeine Dinge zerlegt. Chill. Ich nehm ihn mal. Ich tu den aber gleich bitte wieder zurück, ja. Ne. Oha. Und wie mach ich mir jetzt zum Ende mit dem Lottel oder was? Ja, der eine Vogel will, äh. Nexos, dein Vogel möchte kuscheln. Ich würd dir raten, das zu machen. Uuuuh. Auch geiler Text, Digga. Stuka möchte kuscheln. Dein Vogel ist bald ausgewachsen, du brauchst noch nen Sattel für den, ne? So nen Sattel braucht der. Agent Havessattel, warte ich guck grad. Oh, Freddy, schau's dir an. Äh, Freddy. Äh, never mind, ich glaub ich dir auch immer was folgen. Es wird halt Licht noch in der Dingens. Total hab ich die jetzt reigepackt. Ah, Helo, Bea Megalo dann. Agent Havessattel. Nichtstabiles Element, wieso hab ich das? Wieso hab ich bei mir nichtstabiles Element im Inventar? WCF, what the fuck? Motorboot, warum hab ich hier Dinge im Inventar, die ich gar nicht erforschen kann? Schettin, Fasern und Leder. Ich hab grad Zement, eigentlich typisch. Mit Z, ne? Zement. Leute. Wollen wir nicht auf Tauflator gehen jetzt? Ja, warte, ich mach grad Nexus den Sattel. Nö, sechst du an der Werkbank nicht. Wenn's jetzt hier ohne geht, dann kein Plan. Nicht an der Werkbank. Der ist so bitter, der Typ ja. Ich hab eben noch gesagt, ich hab doch eben, ich hab doch eben noch gesagt, erstmal Nexus musst du das erforschen. Hab ich! Gut, und dann machst du es. Ihr habt mir nie was erklärt, wo was gemacht wird. Ich hab dir gesagt, ich hab dir gesagt, Nexus, ich habe dir sogar gesagt, mach es im Meißel. Ich kann die Szene sogar nochmal extra hier einblenden. Im Meißel? Ja. Wo? Digga, dieses kleine Steinteil neben der Werkbank. Das hier, das hier. Das ist der Steinmeißel. Mörser und Stößel. Ich geb Zement ein. Ich geb jetzt Zement ein. Findet sich. Ja, du brauchst ja auch noch... Nexus. Weißt du, warum du das nicht lernen kannst? Weil hier kein Chitin drin ist. Du musst auch gucken, mit was das gemacht werden muss. Wird der Bauplan nicht mal angezeigt? Fack jetzt eine Round, geh mit wieder. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Habt ihr hier euren Eherstreit? Außerdem hast du eh zu wenig Stein, davon mal abgesehen. Wieviel Stein brauchst du? Du brauchst... Warte, ich kann's dir sagen. Mit der Follower-Swing. Acht Stein... Acht Stein pro Zement. Acht Stein pro Zement! Ich hab 100 Elemente, Digga! Das musst du in das Teil reinlassen, du Follower. Das musst du hier in den Mörser reinlegen. Halt dein Maul, erklär's mir dann! Digga, ich hab doch gesagt, leg es in den Mörser. Ja, jetzt! Ich hab das eben auch schon mal gesagt. Ich kann die Szene gerne noch mal einblenden. Ach Stein, jetzt ist es einfach! So, ich stell's dir gerade her. Alle Depressiven, die uns zuschauen... Dieses schwarze Ding. Dieses schwarze Ding. So, Nix, ich hab auch nen Agentarvers Sattel für dich gemacht. So, Stuka, komm mal her, kann ich dir den Sattel schon anziehen? Nee, kann ich nicht. Komm schon. Fuck! Moment! Moment! Hey, hier liegt nur Oster, ey! Mach Koppel! Hab ich! Nexos, hast du dir die Taucherrüstung von oben geholt? Nein, natürlich nicht. Sicher nicht. So genau! Im Fabrikator! Immer noch im Fabrikator! Du musst ihn nicht anmachen! 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 Mann! Ich bin immer noch im falschen Game, Digga! Denkt, der wär'n doch nur ein Cinebus! Denkt, der wär'n Rust! Ne, ein Cinebus! Ja! Nein! Jetzt hab' ich die Fasern mitgenommen! Finde ich toll! Kannst du dir die Fasern da oben in Ruhe lassen! Darauf erst mal... Äh... Darauf erst mal den Sputan! Manche Sekunden will ich einfach Jan wirklich... ...einfach nur... ...mein Daumen ins Auge drücken! Darauf erst mal den Häsientanz! Den Häsientanz kannst du dir by the way auch mit Ironcraft nexos! Hey! Freddy! Hauptmenü! Nee, du bleibst hier! Erst mal den Bogen und Boden, schön Digga! Erst mal unter Muten Roshi runterkriechen! Muten Roshi hat'n Level! Erst mal auf... Roshis rüber! Zwei Level sogar! Schießpulver ist auch in den... Äh... Musst du auch am Mörser machen! Warte! Ich hab' jetzt erst mal verstanden! Ihr sagt, ja, das musst du in den und den Gerät machen! Ihr habt ja nicht gesagt, dass ich... ...dass da diese scheiß kleinen Ordner sind! Danke! Du brauchst ein... Du brauchst ein Stein pro Schießpulver! Aber wir haben hier... Achso! Schießpulver! Achso! Nevermind! Warte! Äh... Schießpulver... Aber du brauchst halt ein Stein pro Zündpulver... ...und dann halt... ...Holzkohle und Schießpulver! Ich hab' dir einfach den Scheißen gemacht sofort! Wir werden's schnell! Hup! 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 Vielen Dank.